Liebe Andrea, ich möchte dir jetzt so gerne von Herzen ein Feedback geben zum Business Retreat, bei dem ich dabei sein durfte im April. Das ist jetzt schon einige Wochen her und ja, ich finde immer noch nicht die richtigen Worte dafür, was ich erlebt habe, was in mir passiert ist, was immer noch in mir arbeitet. Es war magisch, es war ehrlich. Vor allen Dingen habe ich eine Gruppe erlebt, wir waren insgesamt fünf Frauen, wo jeder seine Stärken und seine Schwächen, wenn es die gibt, seine Potenziale ausleben konnte. Du hast den Raum dafür gegeben, dass jeder so sein durfte und auch, wie ich es erfahren habe, wollte, wie er ist. Einfach nur sein. Und dabei hast du so wundervolle Methoden und Werkzeuge genutzt und trotzdem fühlte es sich nie an, als wäre es ein klassisches Business Retreat, wo bestimmte Dinge Dinge abgearbeitet werden. Ich habe noch nie, noch nie wirklich einen Workshop oder ein Retreat oder eine Weiterbildung, wie auch immer man das nennen möchte, erlebt, indem ich mir nichts notiert habe. Es ist aber auch nicht schlimm, dass ich das nicht getan habe. Ich finde nicht, dass da irgendwas fehlt, sondern es ist hier notiert. Es ist erlebt und es ist gefühlt. Und es war so, so wunderbar, die Menschen, mit denen ich schon viele Monate vorher digital verbunden war, dann auch in live zu erleben. Und dich in live zu erleben. Und diese Energie zu spüren. Du bist mit uns an ganz besondere Plätze gereist. Und auch da konnte ich immer wieder die Energie spüren und was alles in mir, in meinem tiefsten Inneren passiert. Und es wirkt immer noch. Das heißt, ich habe ganz viel in mir gefunden, gelöst. Ich habe eine Stille in mir gefunden und gleichzeitig auch eine Energie der Veränderung. Und ich werde es nie vergessen, wie wir auch eine Sequenz hatten, wo wir meditiert und nachher gemalt haben. Und wie sich mein ursprünglich bunter Schmetterling ja fast schon ergraut und ich ihn verbrannt habe und dann wieder einen bunten Schmetterling malen konnte und mich auf dieser Insel ganz viele Schmetterlinge begleitet haben. Und für mich war das ein Zeichen meiner Transformation. Andrea, ich kann gar nicht sagen, wie facettenreich und wie magisch das alles war, weil mir fehlen dafür einfach die Worte. Ich möchte aber sagen, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du diese Führung dieser Gruppe so wunderbar freigestaltet hast, auf uns eingegangen bist, der Energie gefolgt bist. Und es fühlte sich immer stimmig und harmonisch an, obwohl Menschen aufeinandertrafen, die ja sonst gar nicht zusammen waren. Und das ist für mich der Zusammenhalt, wenn jeder sein Potenzial wirklich spüren und ausleben und finden und kreieren darf. Ganz herzlichen Dank und ich möchte jedem, der das Video hier sich anschaut, ans Herz legen, diese Erfahrung selber mal zu machen, denn sie wirkt immer noch nach, obwohl es schon Wochen her ist. Und ich weiß, dass es viel verändern wird und ich bin ganz gespannt darauf, was passiert. Alles Liebe und habe es schön. Vielen Dank. Tschüss.